so leute er ist jetzt 22 uhr jetzt ein wenig spät ich wollte eigentlich schon um 19 nur anfangen aber man sieht es hat gut funktioniert leute willkommen zu einem kurzen sehr 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 spontanen novus livestream denn ich werde jetzt gleich also ich wollte ursprünglich wollte ich eigentlich einfach nur folgen vor produzieren für über die gamescom wenn ich muss die musik noch etwas leiser machen folgen vor produzieren für über cool jetzt verabschiedet sich mein laut der remixer geil ja wie gesagt wollte videos für die gamescom produzieren allerdings komme ich da gerade nicht zu beziehungsweise doch ich komme da theoretisch zu aber ich möchte ich habe mir überlegt komm du kannst es eh nicht stream während über der gamescom bis gehen stream eine stunde bereite so ein bisschen die videos vor weil in den videos möchte ich halt nicht die ganze zeit einfach nur irgendwie langweiliges zeug machen möchte interessantes zeug machen und das werden wir jetzt versuchen vorzubereiten ihr könnt so ein bisschen mitentscheiden was in den nächsten zehn folgen nur wo es passieren wird indem ihr mir so ein bisschen hilft beim achten scheiß beim ja moment ist das hier auch alles vernünftig ja nehmen wir so ein bisschen helft bei dem was der brand steht aller leck mir am arsch hat war echt knappe kiste hier schnabelt schnabelt ding du die kiste sind fast alle voll okay wir brauchen die tiefen mi system das werden wir im stream basteln denke ich mal das ist auf jeden fall nötig guckt euch mal an wie alter leck mir so willkommen leute schön dass ihr dabei seid habt dich kennengelernt weil du mit cars so schein gespielt hat finde ich cool ich gehe mir noch kurz die käse holen okay jesse macht das mal und wir werden auch heute ihr könnt mir heute ganz viele fragen über die gamescom stellen denn ich wünsche warum ist die kabel zu tun wir können auf jeden fall ganz viele fragen über die gamescom stellen da werde ich auf jeden fall sein und ich hoffe dass sie vielleicht den einen oder anderen von euch auch dort sehr wäre auf jeden fall ganz gut so gucken wir mal ganz klar ob die kreis auch komplett fertig sind hier die sind gut gelaufen hier hier gab es auf jeden fall eine menge 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 an wasser da schwimmen schafi die ganze zeit durch die gegend schafi gönnt sich wenn das stück wasser hier da machen wir mal weg das lief auf jeden fall nicht schlecht du was lecker essen bei louis hat mir gerade ein foto bei whatsapp geschickt da ist gerade schnecken schnecken Moment, da muss ich eine Sprachnachricht schicken Schnecken Wir haben ganz viele auf dem Hof Wollt ihr davon auch welche haben? Die bringe ich dir gerne mit Der ist Schnecken Nee, nee, nee Die Kari scheint auf jeden Fall gut durchzusetzen Was ist denn da hinten? Was leuchtet denn da so? Was ist denn da hinten, was da so leuchtet? Ich kann die da nochmal ranzoomen War das nicht mittlere Maustaste? Hab ich nicht mal mit mittleren Maustaste gesucht? Oder muss ich dafür Ah Okay, ich muss den Portal gar nicht dafür in der Hand haben Dann kann ich zoomen Die Frage ist, wie komme ich da zu Runa? Das würde ich mir ja gerne angucken Dann würde ich mir gerade wirklich Ich würde gerne die Kiste da unten mitnehmen Die würde ich echt super gerne da unten mitnehmen Aber das kriegen wir hier niemals Wir kriegen das Wasser hier nicht weg Das kannst du vergessen Das Wasser hier nicht weg Das kriegen wir Kriegen wir das weg Das ist hier schon ganz drüben Nur hier zu beschäftigt Nein, werde ich nicht Möchte ich ja nicht Wir möchten hier ja produktiv sein Aber ich möchte gerade die Kiste da unten mitnehmen Und hoffe gerade Dass ich hier das komplette Wasser wegkriege In der Hoffnung Dann da unten die Kiste mitnehmen zu können Oh, wie viel Holz wir dafür brauchen So, das haben wir auch weg Zack 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 Hier fließt noch überall Wasser Weg damit So, letzter, wenn ich mir nicht irre Die Frage und die Hoffnung ist jetzt Das Wasser jetzt auch komplett verschwinden tun würde Mann Hau doch ab hier So Ruhe im Karton Wenn ihr mich nicht irre Müsste jetzt komplette Wasser hier abfließen Und wenn hier auch nirgends so eine Wasserquelle mehr ist Hier ist eine Jetzt nicht mehr Denn sollte von der Theorie Das komplette Wasser abfließen Und ich komme nach unten an die Kiste ran Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht Das wäre cool gewesen Hat die Query das mitgenommen Aber das hat sie ja leider nicht Es ist ja schade So haben wir es jetzt alles weg hier Hier ist noch eine Verbindung Müssen wir alle zubauen Verdammt die Scheiße Wie die Kiste noch unten mehr nehmen So, Moment Ich gehe sofort wieder auf die Chat ein So Jetzt sollte doch hoffentlich Das komplette Wasser abfließen So, bau dir ein Haus Und dann ein MES-System Ich brauche erst ein MES-System Hol die Chess doch mit der Portal Gun Ja, wie denn? Ich will jetzt kein Portal da unten runter machen Dann komme ich nicht mehr nach Hause Doch, komme ich theoretisch Dafür wollte ich nur das erste Portal machen, oder? Wo komme ich denn her? Da hinten Das erste Portal Ja Würdest du Pinguine essen, wenn es das einzige Fleisch ist? Ja, ich habe kein Problem damit Ah, Trotzessen liebe ich Pinguine Nur weil ich sie essen würde Also Habe ich jetzt nicht nötig Muss ich nicht unbedingt Aber nur weil ich sie essen würde Heißt es ja nicht, ne? Liebe Trotzessen Pinguine So Da kommt auch noch was heraus Weg damit, weg damit So Ruhe im Karton hier Da auch noch Zack Jetzt kann die Scheiße hoffentlich abfließen Das sieht doch ganz gut aus Okay, wir machen einfach mal Wir machen jetzt einfach mal ein Portal unten hin In der Hoffnung, dass es funktioniert Wo ist denn jetzt die Kiste? Da unten Zack Das war das falsche Portal, oder? Yep Das funktioniert nicht Ich komme noch nicht runter Kann ich denn überhaupt durchs Wasser ein Portal schießen? Eben nicht Wie seht es Man kann nur noch Wasser kein Portal schießen Verdammte Scheiße Okay, wir scheiß auf die Kiste Da sind wir den kompletten Streamlabs beschäftigt Da ist es ja irgendwann später, wenn wir wiederkommen, abgebaut Weg Gibt es noch eine Fan-Trakte? Nein, ich komme leider nicht dazu Ich schwimme da nicht runter, weil das überlebe ich nicht Einfach habe ich nicht genug Luft So Warum ist da oben ein Streifen, der blau ist? Weil ich Minecraft im Fenstermodus spiele Ich kann das ja versuchen, einmal ganz kurz zu demonstrieren Bildschirmaufnahme Das ist das Fenster Hier richtig, kann man hier irgendwas sehen, was man nicht sehen sollte Nein, wunderschön So, hier, guckst du dir an Ich spiele Minecraft im Fensteraufnahme Hier, das seht ihr gerade mal im Bildschirm Und deswegen, hier oben siehst du Hier oben ist ein Balken Und hier unten ist halt noch mal eine Taskleiste Und deswegen ist Minecraft das Fenster halt nicht auf voller Auflösung Und dadurch ist halt entweder ein Balken So, und ich bin da halt hingegangen Hab, statt damit schwarz Also, ein schwarzer Balken ist Habe ich halt oben einfach diesen blauen Balken Und da laufen dann Spenden und sowas durch Das heißt, wenn jemand spendet Dann wird das da angezeigt So is that, so läuft that So Nimm dir Fackeln Und dann bekommst du immer wieder Luftblatt Ja, scheiß drauf Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf So, wir brauchen ein ME-System Wo kriegen wir jetzt nur ein ME-System her? Wir brauchen noch Ja, brauchen wo? Ah, ah, eh, eh Wir brauchen, das ist Applied Energicstics, ne? Applied Energicstics So, äh, wir brauchen an ME-Drive das ist ja easy und wir brauchen aber diese scheiß dinger was hat zu bauen einen inscriber und dann bekommen wir auch ich muss mal meinen you play beenden auf dem sack du kannst du mich verarschen nix ihr seid blöd mir wird verboten die streams so einzeln hochzuladen mann kommen die dazu die zusammenzuschneiden kommen wir nicht dazu wo haben wir jetzt den inscriber den muss ich jetzt als erstes basteln den brauchen wir das ist er aber bei 1 dafür brauchen wir nur ein fluix crystal und ich hoffe wir haben so was hier jetzt holen wir uns das bei irgendjemand anders also kraft ist weil wir haben wir haben hier mehr als genug von den dingern mir wurde eben auch gesagt wenn man sie in taft teleportiert stirbt man ich weiß nicht ob das immer noch aktuell ist ich hoffe nicht das wäre sehr kacke sehr ultra kacke ein e-controller den brauchen wir auch wir brauchen wir pure drop of fluix seed made from fluix dust und zahn fluix das fluix das fluix das dafür brauchen wir fluix crystal und den machen wir aus drop one charged zertus quads charged nether quads und rest und das dann brauchen wir auf jeden fall noch ein mehr ein paar mehr ja froh masch delfringer schreibt gamescom hype er hat jetzt seit 18 monaten ist er subscriber delfringer ich danke dir danke 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 für dein resubscribe schön dass du den und fliegen treu bleibst finde ich sehr schön finde ich sehr, 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 sehr schön zertus haben wir hier auf jeden fall nether quads haben wir auch ein stack wunderschön so zertus quads werden wir ja hoffentlich hier mehr als genug haben die satt am meer sollten wir den kack haben da waren gerade noch diamanten guck mal hier haben wir einen stack davon so hier müssen wir nur wenn ich mir die irre das hier rein schmeißen muss es ein einzelnes loch sein zack weg damit warum hab ich eigentlich kein wasser einmal mehr dabei es ist sehr dumm keinen wasser einmal dabei zu haben kraft wird es einmal neun zack 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 haben wir einen wasser einmal nehmen wir einfach den nehmen wir doch einfach den so zack zackt zack bing zackt 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 hoch. only five각 WATCHT COED IST KIND kraft rate kraft звон people ich vollidiot man soll auch lesen und ich lesen kann sollte man zu hause bleiben verdammte kacke hier haben wir noch mehr zertus quatsch das normaler ja auch nicht so das heißt wir machen jetzt zwei kisten und dann machen wir jetzt zwei hopper so dann automatisieren wir das kack ding hier so hier der zieht dann am ende wieder raus und der packt rennen so müsste theoretisch müsste es ja funktionieren oder nicht ja ich war jetzt nur noch energie und er kriegt es indem wir hingehen und uns erstmal hier das ding ins nehmen die scheiße bremsch oder hammer oder was das ding hier ist moin leute moin wo war der namn jetzt freak docker die oben doch da war es magst du fischbrötchen eis hast du fischbrötchen eis kenn ich nicht sag mir nix packen wir das jetpack da mal wieder rein und lassen es laufen ach stimmt das ist voll deswegen geht das nicht dann bringen wir das mal an die scheiße bevor das wieder verloren geht ich kenne mich ja 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 nein jetzt kommt kein rainbow six ich habe leider keine zeit die kisch ist auch voll oh gott wir haben mehr als genug von den ganzen sachen hier hinten sind auch freie kisten nein jetzt haben wir nicht ihnen alle feuer haben die scheiße hier so eisen einsteck behalten wir so hier das heißt hier kann es weiter arbeiten aller smelter wird wieder voll er kann auch weiter arbeiten wenn er hier noch ausgeben ja tut er und er hier auch aber warum gibt er hier nicht weiter sind zeichens beim und donation erlaubt nein ich finde sowas sehr sehr kacke es ist okay wenn so ein bisschen ist aber wenn es so hingeht und die nachricht dann auf fünf minuten gezogen wird das das ist mega nervig so charge zettos quatschen müssen das ding noch eine strom anschließen aber warum ist stromkabel an der marie für zu und dann geht das ding von hinten strom oh gott jetzt hier schon wieder viel zu umständlich gebaut wo kriegen wir kf her leute wo kriegen wir kf her wo kriegen wir kf her krf kriegen wir das und die wir sagen kabel haben wir schon angeschlossen oder war das nicht so stopp war das nicht so der testen wir mal kurz aus ja bestimmt ich da war was das ding muss von unten strom bekommen das ding braucht von unten strom und hinten ging das nicht das ding ja ich erinnere mich im markt habe ich das nicht anders gehabt so dann können wir hier wieder das zintkabel hinpacken dann muss ich hier nur irgendwie ein extractor anschließen der hingeht und die sachen wieder rausnimmt das heißt wir brauchen ein servo und wir brauchen ein itemdukt krf heißt nur 1000 erf achso ja stimmt krf k1 kb macht Sinn macht Sinn macht Sinn oder einfach nur ein item konduit das geht auch und dann passen wir noch mal ganz kurze kiste zack hier zack fertig wunderschöne kündigt hier werden wir noch eben los extract und hier inselt charge status quads wunderschön das heißt wir haben das ding mal eben schnell automatisiert wunderschön ah perfekt so hier kriegen wir noch hoffentlich mit mehr als genug energie raus weil das sieht ganz gut aus doch das läuft fit läuft dann hier fuck 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 smash Cinnabar oh da bekommen wir nur ja den scheiß raus Cinnabar da dürfen wir dann nicht mit reinschmeißen darf dann nicht rein das versaudet mir Marvel wer braucht den scheiß schon so jetzt kann ich hingehen zack 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 oh man muss auch ne sekunde warten schön schön das funktioniert das funktioniert leute es funktioniert das heißt wir haben den scheiß ich schon mal automatisiert schon mal ein fortschritt und dann müssen wir nur hingehen schon mal ein fortschritt und dann müssen wir nur hingehen äh wie war das jetzt äh sand und nether dingens ne ne das ding müssen wir erst genau das muss in den pulverizer rein das ding zack so wird hat ein die braten können wir funktioniert das ist ja schon mal ein fortschritt das geht der ist ja schon mal ganz gut können wir das ding hier zusammendingen in Ridgeway Chamber nein das ist gut das heißt es bleibt auf jeden fall hier ein pulverizer drin solange wie das hier arbeitet das ist gut der ist noch ein bisschen beschäftigt dann packen wir hier noch was hinter zack vielen lieben dank für die blumen vielen lieben dank viel lieb von dir woher 20 machen wir ja das reicht erstmal das sollte erstmal reichen packen wir die sachen hier erstmal wieder weg die 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 so dann können wir fluix dust und sand wenn ich mich nicht höre wenn ich das video in erinnerung habe zack zack und dann müssen wir nur eine enrichment ne eine eine growing jam oder wie das ding heißt finden bei dem ist nur eine ahnung gesagt hälfte von erf jaja whatever hauptsache es funktioniert egal wie viele erf es braucht hauptsache das ding geht dann werden wir glücklich das hier war glaube ich castcrafter sag mal bitte das war castcrafter wenn das von wenn das von wenn das nämlich von dem tor ist bin ich tot wo hat er hier seine komma wird er gerne ins hub gehen da habe ich angst rein zu gehen ich würde gerne ins hub gehen aber ich weiß nicht ob man da immer noch sterben sterben tut dem tor hat auf jeden fall angedroht er hat sich eine fette falle gebaut dass wenn man sein haus betritt man direkt das hier war das ding ins das hier war das hub gibt es ein neues hub äh oh leck das hier oh die scheiß growing ding sonst waren das Jahre nur wo wisst ihr wo das ist ja das castcrafter im map ist nix ich suche jetzt diesen growing tile ding gedöhnt hauptnast bot und das heißt wir sind bei den buddies keep dark ah gas tank das nicht da brauchen wir alles nicht growth chamber oder accelerator irgendwas so ein ding das sind die buddies ja das habe ich auch gesehen nur ich brauche so eine scheiß growth chamber um die scheiß crystals wachsen zu lassen das dauert das acht stunden und die zeit habe ich nicht ich hätte gerne diesen stream auf jeden fall im e system ich hätte gerne diesen stream auf jeden fall im e system erster stock weg ist seine anlage ok erster stock ist seine anlage erster stock sagst du es müsste ja denn ein weiter oben sein oder nicht das ist schon mal nett das ist schon mal nett das wachst du das ist vom mekanisem ok das ist schon mal nett das ist vom mekanisem ok Leute, im Hub ist nichts mehr. Das Hub existiert nicht mehr. Hier, ich zeige euch das Hub. Da, hier, zack, das war mal das Hub. Da, hier ist das ME-Terminal und hier waren die ganzen Maschinen standen hier. Aber ich teleportiere mich mal zum Hub. Wenn ich da jetzt sterbe, dann seid ihr verantwortlich. Diep, diep, diep. Leute, das Hub existiert nicht mal mehr, seht ihr? Gibt kein Hub mehr aktuell. Neben-Mechanismen, in den Glaskammern. Neben-Mechanismen. Mogig nach. Das sieht einfach aus. Oh, schön. Stopp, wo landet das jetzt? Hallo. Stopp, 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 stopp. Hallo, wo ist das ME-System? Hallo, ich werde gerne meine Crystals wiederhaben. Chaos Crafter hat mich geklaut. Ich glaube, wie geht's los, du? Ja, das waren alle. Hat die keiner craften lassen, oder wie? Das ist natürlich cool. Die ist automatisiert, ist natürlich auch geil. Die Musik ist blöd. Ich klaue nicht, das sind meine Sachen. Ich habe mir die rausgenommen, die ich gerade da... Oh, Gott. Das ist Roboosch! Roboosch! Ja, Roboosch! Autofreak-Fan, danke fürs Resum. Er schreibt, könntest du mal den Nether und das End bei deinem Sub-Server in die Frechheit... Äh, dann müssen wir gucken, wie wir das machen. Äh, ich denke mal, das wäre nix das Problem, dass man das mal machen könnte. Das kriegen wir hin. Oh, Gott. Ink Scriber. Applied Energistics. Wir brauchen den Ink Scriber, das ist er doch. Stimmt, und genau deswegen... Dann machen wir auf jeden Fall mit... Dem hier Eisen und Sticky Pisten brauchen wir dafür. Dafür brauchen wir Slime Balls. Wir haben keine Slime Balls, wenn ich mir die höre, richtig? Die... 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 Aber einen Sticky Pisten können wir doch, glaube ich, auch aus, äh... Dingenscraft... Aus Raw Rubber! Geht das auch aus normalem Rubber? Mh, 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 mh. Robber, haben wir das hier noch irgendwo? Nein, das haben wir wahrscheinlich alles verarbeitet, wäre mir nicht irre. Aber, meine schöne Quarry wird sicherlich was davon haben. Aber ich glaube nicht, dass sie was davon hat. Down, 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 down. Nee, selbst meine Quarry hat davon nichts. Irgendwann muss ja auch hier was sein. Oder wir pflanzen einfach. Robber, Seppleck. Loren! Zack, zack, wunderschön hier, zack. Zack, und abgebaut. Down, perfekt. So, und ich würde sagen, wir machen uns nochmal welche davon. Wollen wir an die zu großen Baum noch zum Bastel? Holen wir einfach mal aus. Da kann man nochmal Knochen. Okay, können wir nicht. Vielen lieben Dank für die Blumen. Weg damit. Und dann können wir einfach hingehen und basteln und pisten. Dafür brauchen wir ein wenig Kabel. Sag mal bitte Kabel. Ja, Kabel, Zorn und Holz. Kabel ist schon nochmal mehr als genug. Und zwar in dieser Kiste. Nein, in dieser Kiste war das nicht das, zack. Sieht ihr, kabel? Nein, in der Kiste. Da war Kabel zu. Hier ist Kabel zu. Nein, in der Kiste. Vielen lieben Dank. So, dann nehmen wir uns auch noch ein Steckholz. Zack. Und jetzt basteln wir uns mal eben ganz kurz einen Kisten. Wenn wir dann auch Redstone dabei hätten. Redstone muss hier hinten sein, weil hier war er auf tieferen Ebene. Vielen lieben Dank für das Redstone. Und so, jetzt können wir uns das Ding craften. Mach eine Watering Can. Nein, wofür? Das ist ja viel zu großer Aufwand jetzt. Man, ich bin verplickt. So, zack. Hier, vielen lieben Dank. Da haben wir den Picky Piston. Und jetzt können wir uns einen Inkscrabber machen. So. Den Rest verwahren wir wieder hier in der Kiste. Zack. Weg damit. Weg damit. Packen wir auch mal eben weg zur Sicherheit. Man weiß ja nie. So. Krams, den wir alle nicht brauchen. Dann müssen wir hingehen. Und diesen Inkscrabber. Den werden wir jetzt automatisieren. Boah, das wird nicht einfach. Das wäre geil, wenn wir das auf jeden Fall hinkriegen. Wie lange streamst du heute? Ich werde nur noch eine halbe Stunde, weil ich ganz viel noch vorproduzieren muss und später noch weg will. Was hat bei Louis denn gesagt? Wenn das Weinbergschnecken sind, können wir da gerne drüber reden. Aber ich an deiner Stelle würde das Bild noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Nein, 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 nein getan hat er nicht im hat er ich glaube ich möchte das mit mag ich nicht öffentlich machen das ist nicht das ist keine das gehört vielleicht nicht ins internet aber ich muss mich gerade ich freue mich gerade ich freue mich gerade tierisch finde ich schön richtig nice ich freue mich ich freue mich gerade wie der keks will ich das verkünden die leute fragen warum ich mich so freu schön 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 finde ich schön richtig schön ha 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 ok 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 ah schön 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 nee kein stappel leute ich muss ganz ich schreibe ganz kurz mit man jetzt tut mir leid aber ich freue mich gerade ich freue mich gerade ich freue mich gerade so mein tag ist perfekt heute ein schöner tag freu mich so leute weiter jetzt hier verdammte scheiße bis jetzt vorankommen wir machen ein me system in scriber wir müssen in scriber automatisieren wir haben item conduits en masse so wir haben drei inputs wenn die mini irren ne ich würde sagen wir basteln noch mehr in scriber das ist gerade meine idee vier stück brauchen wir oder es gibt vier pressen das heißt wir machen vier in scriber pass auf das machen wir machen das ding jetzt maximal maximal ja wenn man das ding ist maximal produktiv man das ding ist maximal effektiv das ist gerade ich finde eine sehr gute idee die jahre ist das eisen ok gut ach jungen jetzt schicken wir doch keine sprachnachricht ich weiß auch gar nicht ob ich mir die stream anhören kann ich bin gerade auf 10 uhr 10 uhr sollte passen danach nehme ich vier folgen auf den rest mache ich heute nacht und danach mache ich mir auf die socken gegen 10 uhr passt ich muss erinnere mich gleich ich muss hier unbedingt was erzählen so wie lange streben so wie gesagt nicht anzulagen items ne stopp doch ja it's time for gaming habe ich verlesen it's time for gaming nicht items for sacred it's time for gaming danke fürs resubscriben seit drei Monaten ist er dabei seit vier stopp doch seit drei Monaten finde ich toll danke dir danke dir danke dir danke dir so wir machen das ding jetzt hier weiter wir machen mal kurz ein fertig also wir haben ein input wir haben ein output und wir haben zwei Inputs ein Input oben ein Input unten und ein Output das heißt machen die Dinger zwei Abstand oh machen die Dinger mal zwei Abstände dann sollte das theoretisch passen so dann habe ich hier genug Inkscriber und dann sollte das ich hoffe das war so ja doch das müsste so gewesen sein so so und diese hier müssen wir mit allen verbinden weil hier kommt das Silikon raus wäre so meine Idee wo konnte ich nochmal donaten im Chat steht ein Link oder auch unter meinem Ankündigungsvideo auf YouTube lumpige Sachen fragen wo ich wohne ich wohne im aktuellen Bremerhofen und ich muss sagen ich finde es hier im Moment super geschillt super geschmeidig deswegen so warum nicht ne ich finde es hier ganz cool warum ich jetzt einfach Stream up Risiko Bisschen Kiffer so durch kennt ihr Tauli von 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 South Park sicherlich die ein oder andere kennt das so durch so Energy Cable das heißt unser Ding müssen wir auch noch powern das kriegt Energie von hinten schön die dinge haben Energie wunderschön das heißt sie können arbeiten so oben kommt was kommen wie wie was sind wir die denn jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken wir basteln das Ding zum Beispiel das basteln wir da raus so am Ende zusammenfügen war Redstone und das das heißt die fertigen Sachen machen wir am Ende in einen Reihen und da werden die dann zusammengeführt das kriegen wir hin haben wir denn alle Pressen wahrscheinlich nicht mit Pech also es existieren auf jeden Fall alle das wäre jetzt nicht das Problem wir können uns auch irgendwo anders her organisieren Silikon und Engineering haben wir schon mal und die Logik das heißt es fehlt noch die vierte und zwar die Engineering die haben wir Logik das heißt welche war der die vierte Calculation die fehlt jetzt noch dann werde ich mir die gleich mal irgendwo kurz ausleihen kurzfristig so Moment wie presse wir die denn oben muss immer die Dingens rein oben muss immer die Dingens rein das heißt wir brauchen sogar noch einen weiteren Inkscriber wir brauchen noch einen weiteren dann haben wir hier reingepackt da so das heißt oh das ist kacke so und dann können wir theoretisch hingehen zack hier können wir noch einen weiteren Bastel zack vielen lieben vielen Dank so so also an der Seite ist immer der Output oben und unten ist immer Input oben brauchen wir nicht mal einen Input so hier brauchen wir keinen Input hier brauchen wir keinen Input hier brauchen wir keinen Input und hier brauchen wir auch keinen Input hier ist oben der Input an der Seite der Output und unten der Input und das ist bei allen so Extract Insert Extract Insert ich hoffe das funktioniert alles richtig wie ich es mir vorstelle gerade hätte ich das mal am Markt gemacht dann hätte ich mir eine ganze Menge Zeit gespart wann wird es mal ein Haus bauen wir brauchen erst diese ganz anderen Sachen und dann werde ich nach und nach an meinem Haus gehen ich brauche jetzt erstmal ein E-System damit ich hier wunderschön vorankomme und dann werde ich mir die vielleicht sogar schon in den nächsten Folgen die ich heute noch aufnehme mir das erste Haus bauen ich würde sagen wir machen das stufenweise links machen wir zum Beispiel Silikon so was kommt nach Silikon nach Silikon wir brauchen noch unterschiedliche Sachen dafür ne wenn ich mir nicht irre ob hierfür eigentlich die Dinger ne aber für die Festplatten brauchen wir das so sind denn die Drives da sind die Drives so die einfachste Drive kostet Logik das heißt das erste ist Logik das zweite ist Calculation und danach kommt Engineering Logik 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 Stop was war das Calculation ist das zweite genau zweite ist Calculation und das letzte ist Engineering genau Calculation haben wir noch nicht hier müssen wir noch den mit anschließen den Herren hier dich nicht du kannst noch weggehen aber bitte wir haben hier noch irgendwo ein Rednip-Table das ist die erste Spende rollt Niamantin da gewinnen der Spende Autofreak hey könntest du mal den Näsern und das hast du mir gerade zugehört das habe ich doch gerade eben schon erklärt ich werde mir was überlegen und das dann einmal kurz mit dem Logik und Co absprechen und dann machen wir das so relativ spontan Gold oder Elektrum Gold oder Elektrum haben wir hier nicht mehr als genug Gold irgendwo rumfliegen da müssen wir Elektrum verwenden ein Block of Redstone haben wir hier auch noch irgendwo hier ist gar nicht so viel Gold bei rausgekommen oder? hier müsste die Gold Ebene irgendwo zwischen gewesen sein dass da auch mal ein bisschen mehr Gold zwischen ist hier haben wir zum Beispiel 51 Gold das werden wir gleich mal reinpacken dass wir das verarbeitet oh hier ist auch noch mal ein Stackgold zwischen kein Gold hier ist auch kein Gold oh Diamanten haben wir auf jeden Fall ganz gut hier war nicht gerade viel Gold dazwischen na die ist ja schade ist sogar wirklich sehr wenig die Musik ist mir zu lahm schade nicht so viel Gold dabei mal was heißt nicht so viel wir haben jetzt auf jeden Fall mehr als genug denke ich so hier verarbeitet der da sollte er theoretisch auch beginnen zu verarbeiten du da jetzt danke so und am Ende kommt hier Gold raus vielen lieben Dank hier haben wir noch mehr Elektrum nein lassen wir mal hier drin so nehmen wir noch mal ein bisschen Redstone mit bist du auf Donnerstag auf der Gamescom ich bin jeden Tag auf der Gamescom ich bin jeden Tag dort Redstone müsste auch hier hinten erst sein da haben wir Redstone hier haben wir Redstone noch mehr Redstone das sollte auf jeden Fall reichen dann haben wir gleich ein chilliges Armee-Termin dann überleg mal hätte ich das in den Videos gemacht das wäre ja mega lahmarschig gewesen mega lahm äh langweilig in den Streams geht sowas einig immer voll fit so ähm oh mein Fuß schlägt gerade ein mittlere Maus hast du sortiert auch ja mittlere Maus das mag ich aber nicht gerne drücken weil dann sortiert sich auch mein Inventar äh wie machen wir denn jetzt nochmal so ein Kabel so perfekt 48 davon sollten erstmal reichen ohne Probleme und dann können wir die jetzt nochmal verbinden mit mir miteinander zack wunderschön so jetzt brauchen wir äh Kisten Kisten on Mass sollte eigentlich reichen haben wir hier noch die Silberkisten hier was sind sie denn ja was ist denn unser End Output Input 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 Output und hier oben kommt auch noch Input genau so von der Theorie her das Silikon muss ich dann hier unten reinkriegen und alle anderen Sachen hier oben alle anderen Sachen müssen theoretisch hier oben rein zack und zack so und das Silikon wir können ja auch theoretisch einmal ein Filter machen Frommasch oh Gott ja Frommasch ja Frommasch wie war ich das denn jetzt nach unten hier ich mache das mal ganz umständlich und dann kommt hier ein Insert zack ja was noch alle im Kopf Leute wie das Ding läuft hier wie der Hase läuft weiß ich noch zack so das heißt hier wird Silikon gepresst probieren wir das gleich auch mal direkt aus äh wie machen wir Silikon wie machen wir Silikon da muss einfach nur Silikon rein Silikon kriegen wir aus Sand im Pulverizer Sand im Pulverizer das heißt haben wir hier irgendwo Sand irgendwo muss hier Sand zwischen sein ich wollte einfach mal eine Krabby im äh Dingens aufstellen in ähm in der Wüste Schneeleoparden hat gesuppt ich danke dir fürs subscriben willkommen bei den Unfähigkeiten schön und da schnell dabei bist da oben haben wir schon mal den Anfang also das hier landet jetzt schön geschmeidig im Pulverizer stimmt aus Gold bekommen wir sehr oft zinnerbar raus hopp das war falsch so von der Theorie her probieren wir jetzt einfach mal aus deswegen gehen wir hier Silikon reinpacken fuck it das muss in die Mitte screen net das muss in die Mitte Frage ist jetzt Moment das probieren wir mal ganz kurz aus jetzt hier Insel machen näher expect ohne der funktioniert wo ist jetzt der Output wo ist hier der Output Extract ohne Redstone Insert das ist schon mal nicht der Output ist der Output möglicherweise hinten wo ist der Output oder ist er links der Output ist links okay nur das komplett falsch angegangen rechts ist Input okay 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 habe ich das gerade verkackt und links ist Output okay 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 unten brauchen wir gar nicht bei dem hier genau zack 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 so 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 das heißt hier geht der Output und rechts ist der Input heißt also wir gehen hin und packen die Sachen zack Extract Insert der landet dann da und dann müsste eigentlich warum geht der hier nicht rein hallo so ja falsch da ist er nicht auf genau 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 okay einfach links und rechts Out sollte auch gehen nein habe ich nicht haben wir gerade gesehen so das heißt wir müssen rechts ist der Input und nicht unten und links ist der Output können wir die miteinander trennen jetzt als Anschlüsse ist das damit verbunden das ist ein Problem müssen die alle weiter auseinander stellen aber verdammte kacke vromasch da ist vromasch vromasch ja vromasch die lassen wir trotzdem aber ich stelle die neu auf und anders auf jetzt hin und stellen die so seitlich auf so stellen die so auf wenn wir die so aufstellen das war logik als erstes hier wäre Engineering drin und dann können wir das nämlich von der Seite auch machen ne Passat dem Passat trotzdem Captain Vitrox ich danke dir fürs Resubscriben schön dass du weiter dabei bist man verdammte Kacke da muss das alles so umständig sein man ich habe nur noch 10 Minuten so unten ist aber auch Input hier und links ist dann Output Tracked Insert so links ist Output wunderschön oben ist Input unten ist Input so das haben wir schon mal das läuft schon mal so unten kommt dann Silikon rein ja das funktioniert so so bei diesen Dingern rechts ist Input mehr nicht rechts ist Input rechts ist Input rechts ist Input und hier müssen wir auch weil hier muss nämlich auch noch in ne Mittelwart rein zum Beispiel Redstone Tage war jetzt Redstone okay Redstone perfekt das heißt ich kann das Ding hier auf Dauerschleife laufen lassen perfekt so also hier kommt Silikon rein wunderschön 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 guck mal ganz kurz dass die Dinger hier alle fertig sind da haben wir den Geduld haben wir hier noch im Sand zwischen hier sind wir sind Sand ich würde mir gerne direkt eine 60 Kaffee das können wir mit diesem System auch direkt das werde ich dann im Video machen und das seht ihr dann auf jeden Fall nächste Woche aber Leute sag mir mal ich brauch grad irgendwer irgendwen mal im Team liegt der mir die Fragen vorlesen kann Logi Logi hast du da nicht Lust äh hä hä wir ein bisschen noch so die letzten paar Minuten ein bisschen Fragen aus dem Chat vorzulegen weil ich komme nicht dazu den Chat vorzulegen ja kann man machen dann muss ich hier aber mal ein bisschen was nöt immer diese Leute mit den ganzen Störgeräuschen oh muss ich jetzt wirklich die Klimaanlage ausmachen ja so wie es jetzt anhört wäre doch ganz gut ja auch man da hat er Bier am Hintergrund hab ich gehört so ne alles waster alles waster trinkt kein Alkohol Logi trinkt kein Alkohol das glaube ich nicht nein so was war das jetzt recht ist Input das heißt wir müssen die Kisten von hier unten da unten muss ja nix rein richtig richtig oh ich hasse diesen Kram gerade ne das ist Todes ja ist ne Effekt bis man's einmal hat aber wenn man's dann hat dann geht's ja ich hab vergessen wieder wie wo Input und Output war das hätte ich vorher testen sollen so links ist Output ich denk mal um die Frage einmal zu beantworten dir geht es aktuell gut oder? jep kommt die Frage ständig ja des öfteren oh hab ich den mitgekriegt tut mir leid ich bin grad so konzentriert seht das im Chat nicht so krass mit gerade so den scheiß stellen wir jetzt ich sag mal direkt wieder auf Insert des auf weiterhin Extract Extract Insert Extract Insert Extract wenn wir jetzt hingehen und hier Silikon reinpacken Brötchen hörst du Rap? ich sollte das zack heute haben wir die ganzen Prozessoren von Automatisch landet da Redstone drin und da oben müssen die anderen Prozessoren rein und die werden gepresst aus Gold, Diamanten aus 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 die kalkulation genau genau war da aufs gold. pure zertus kriegen wir raus. made from drop zertus quads seed. made from zertus quads dust and sand. was? oh gott, wie alt warst du? nummer 21 oder? gibt's nicht des bedingens. hier wird nicht da die info oder sowas. ich erinnere mich an einen befehl. ja. oh. ne. hä? der infobefehl ist zum. natürlich. gibt keine facecam. ah ja genau. ich wusste es noch. haha. die dinger können wir auch mace raider fett machen. die dpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdp Der hat hier noch mit Gold zu tun, das heißt, wir können den Sand hier noch mal reinpacken. Schön. Stopp, stopp, stopp und ein bisschen Sand. So, wir haben auch noch mal Fragen los. Ja, die letzte Frage war ja, ob du Rapmusik magst und was du von Flair hängst. Ach so. Äh, was ich von... Ich höre gerne Rap, so als Beispiel Silo und Co. Ich habe das damals auch sehr, sehr so Akron Berlin und den ganzen Kram da, ne? Wer da kennt. Äh, da war ich damals so, das habe ich sehr gerne gehört und auch heute ab und zu mal. Aber ich finde so Silo mag ich sehr. Ich mag so seine Musik und ich mag auch, wie sie das so entwickelt hat. Er ist jetzt nicht mehr dieser Gangster-Rapry, hier Bitches und was weiß ich nicht alles. Aber der ist jetzt auch nicht so hier komplett zum Pudeln in dem Sinne geworden, sondern ist trotzdem irgendwo seinem alten Stil noch treu geblieben und das mag ich, das finde ich cool. Ja, auf jeden Fall. Also das höre ich sehr gerne. Gold und Diamanten. Sagen wir es so. Er singt nicht nur von 10-Doser Beleidigung und was er gerne mit Frauen anstellen würde und sowas. Wie gewisse anderen Herrschaften. Also so kann ich in dem Sinne sagen, ich bin kein Fan von Bushido. Ist so nicht so meint. Ich fand das Album hier 23, fand ich sehr gut. Das hat mir sehr gefallen. Aber ansonsten war das so nicht so Bushido nicht gemeint. Ist nicht meint, es tut mir leid. Aber es ist leider so. Das heißt hier leider. Fantalk? Gibt es heute einen Fantalk? Hast du da Zeit? Ich bin mega unter Zeitdruck. Nach der Gamescom können wir sowas gerne wieder machen. Da habe ich alle Zeit der Welt. Dachte ich mir schon. Aber zu der Zeitdruck habe ich keine Zeit. Gerade vor der Gamescom ist es ein bisschen stressig. Ich bin mega bestressig. Die erste war Logic. Da kommt Gold rein. Der zweite war... Der zweite war... Moment. Festplatten, festplatten, festplatten. Calculation. Calculation kommt aus. Ja, der zweite war Calculation. Das Ding, was wir hier haben. Calculation war aus. Bin hier versteuert. Zertus, okay. Dann kommt hier Zertus rein. Und hier kommen die Diamanten rein. Yep, es funktioniert. Wie sieht es denn bei dir mit Star Wars aus? Magst du es generell? Beziehungsweise wie fandest du den siebten Teil davon? Also den letzten. Oh, es funktioniert. Es funktioniert, Leute. Ha! Wir haben es geschafft. Star Wars. Ich bin kein Star Wars fan. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich nie verfolgt. Dasartig. War nicht so meins. Tut mir leid. Aber es ist leider so. Es wird viele schockierend. Oh, kein Star Wars. Was ist mit dem los? Das war nie meins. Sorry. Aber ich habe keinen einzigen Star Wars hingetraut. Es ist so. Kaum zu glauben. Aber wahr. Muss ja nicht. So, ich bin schon leicht über der Zeit, die ich eigentlich machen wollte. Wir gehen jetzt mal eben rüber zu... Äh... Cast Crafter. Wo kann einmal ganz kurz ein sein im E-System? Zertus Squads Crystal. Er hat hier 104 drin. 104. Das heißt... Ah, wir machen jetzt... Was sind denn 64, 64, 128, 128, 128, 168, 100... Nein, ich glaube 128, 188, 192. Genau 200 Stück machen wir. Genau 200 Stück werden daraus. Was gab es denn zu Dragonball-Zeiten? Was war denn das Pondor zu Dragonball damals? Gab es da nicht was? Keine Ahnung. Äh, hier... Wie heißt es nochmal mit Ruffy? Äh, One Piece? Ja, war das so? Ja, ich glaube, das war so um die Zeit. Was ist denn da eher so deines davon? Pokémon, ich habe damals sehr viel Pokémon und Detective Conan geguckt, aber so... Boah, ja, Detective Conan, nice. Dragonball und Yo-Gi-Oh, Yo-Gi-Oh! Habe ich gerne geguckt. Äh, aber... ...Dragonball und Digimon war absolut nicht meins. Und auch One Piece habe ich auch überhaupt nicht geguckt. Ich habe, äh, One Piece erst angefangen zu gucken, als ich älter war. Da fand ich es lustig. So, da haben wir es ab. Dann können wir wieder zurück nach Hause. Oh, Leute, das hat die Dude ab. Magst du Mark Forster? Ich finde Mark Forster seine Musik auch ganz cool, ja. Wollte gerade sagen. Mark Forster macht schöne Musik. Aber wenn du sie rauf und runter hörst, geht sie dir irgendwann so dermaßen auf den Sack. Max, äh, ich bin eher für Basketball. Fußball ist nicht so meins. So, ne. Nicht meins, sorry. Wir kommen nochmal zu Cast Crafter. Ich habe die, äh, was war das jetzt? Nicht Engineering, sondern das andere Ding vergessen. Calculation. Ja, Calculation. Und Spock. So, ich mach mal ganz kurz. Das tue ich mir mal eben kurz klauen. Calculation. Calculation. Erzähl mal was über dich. Ich mag Züge. Reicht das auch? Klingt gut. Jetzt kommt's mit den ganzen Bands. Magst du Adele? Oh, zack. Das heißt, hier müssen von der Theorie her automatisch die ganzen Dinger, ja. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Warum hab ich das im Markt nicht schon so gemacht? Wunderschön. Riechst du auf der Gamescom eigentlich auch unfähig Merch an? Auf der Gamescom verkaufe ich nichts. Nein, darf ich glaube ich auch gar nicht. Aber ich weiß nicht, was er jetzt mit ansprechen meinte. Kann man das ansprechen? Muss noch ein bisschen Sand umwandeln sich gerade. Ach Gott, ich hab den Rauschebart. Sorry. Ähm. Er wollte noch unbedingt wissen, ob du lieber Kuchen oder Kekse magst. Beides. Beides. Ich mag beides. Ja, doch, eigentlich schon. So. De, de, de. Oh, schön. Es funktioniert, es funktioniert, Leute. Das macht mir richtig glücklich. Das macht mir richtig glücklich. So, Leute, ich würde sagen. Äh, ich gucke jetzt einfach ganz kurz. Oh Gott, was ist das denn? 128, 128 Ho3 Spatialkomponent. Was kann man daraus machen, Logi? Äh, wenn ich es im Stream sehe, kann ich es dir vielleicht sagen. Was bringt die? Was kann man daraus machen? Ist das jetzt eine höhere Zelle oder ist die vielleicht für was anderes gedacht? Im Sinne von Flüssigkeiten oder sowas? Ach, äh, das kann sein, dass das sogar eine Flüssigkeitszelle ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Je nachdem, ich weiß nicht, ob die Mod da drauf ist. Aber es gibt von der Plate Energistics eine Erweiterung, wo du nicht nur Items, sondern auch diese Flüssigkeiten hier kannst. Ja, doch, das ist es. Muss es. Wäre ein bisschen viel, um Items zu lagern. Das heißt, ein bisschen viel. Also, ich habe ja 6, 7, 64k, äh, Drives komplett voll gehabt. Äh, Drive, äh, Gehäuse. 5, 6 Stück mit 64k komplett gefüllt. Habe ich ja komplett voll gehabt im Markt. War ja nichts Problem. Wie weit ist eigentlich dein Haus? Das werde ich jetzt demnächst bauen. Ich möchte die Grundausstattung endlich haben. Das heißt, ein ME-System, damit ich hier die ganzen Kisten endlich loswerde. Damit ich Platz habe. Und wenn ich diesen Platz habe, das ME-System werde ich auch ganz am Rand bauen. Ähm, und wenn ich dann diesen Platz habe, äh, werde ich hingehen, die ganzen Kisten hier abreißen. Auch die Schmerzen nochmal abreißen. Und dann, äh, kommt, äh, hier, ne? Dann kommt der Hand. Dann machen wir das. Wobei es im E-System zugänglicher ist, wenn du es in die Mitte baust. Kannst du es von allen Seiten zugänglich machen. Ja, aber ich will ja, ich will ja ein Haus bauen. Deswegen mache ich es außerhalb, damit ich es leicht wieder abbauen kann. Und nicht ständig umbauen muss. Hier, 16k. Dafür brauchen wir das hier. Brauchen wir ein bisschen Glowstone. Quartz-Glas brauchen wir. Können wir auch locker, easy basteln. Hm. Redstone brauchen wir dafür. Und dafür brauchen wir nur Zertus-Quartz. Hm. Perfekt. Zertus-Quartz, Leather-Quartz brauche ich. Passt, 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 passt. Ich bin glücklich. Leute, besser geht das gerade nicht. Ich bin glücklich. Perfekt. Schön. Ich bin glücklich. Noch mehr weiter streamen. Aber ich habe ja vorhin am Anfang schon angekündigt. Ich muss heute noch 10 Folgen, beziehungsweise wahrscheinlich sogar 11 Folgen Novus vorproduzieren. Und weil ich gleich um 10 Uhr noch weg will, muss ich jetzt gleich direkt Gas geben und Videos vorproduzieren. Deswegen würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich mache hier jetzt gleich direkt im Anschluss weiter und nehme die Folgen auf. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Das war natürlich sehr cool und sehr schön. Und ja, Leute, ich hoffe, wir sehen uns auf der Gamescom. Schaut mein Gamescom-Video. Das habe ich gerade eben hochgeladen. Geht auf meinen Kanal, schaut es euch an. Da erkläre ich ein bisschen was, wie ihr mich auf der Gamescom treffen könnt. Da würde ich mich freuen. Vielleicht sehe ich ja den ein oder anderen von euch. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns nach der Gamescom spätestens. In Livestreams wieder. Denn da werde ich hoffentlich, wenn alles klappt, streamen. Ich sage, Leute, ich danke euch. Bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Schalt mal Färbung. Lass die durchlaufen. Lass die einfach mal durchlaufen. Fände ich schön. Tschüss.